Herzlichen Glückwunsch Blizzard, 25 Jahre und ich verdanke euch jetzt aktuell meinen Job tatsächlich, weil ohne WoW wäre ich nicht bei BAFTA. Happy Birthday Blizzard! Die Spieleschmiede aus Irvine, Kalifornien feiert ihren 25. Geburtstag. Grund genug, auf die Highlights aus einem Vierteljahrhundert Videospielgeschichte zurückzublicken. Wir haben uns umgehört und präsentieren euch die persönlichen Blizzard-Meilensteine unserer Redakteure. Blizzard, wenn du mal schätzen würdest, wie viele Stunden deines Lebens dich diese Firma schon gekostet hat. Auf wie viele kämpfst du dann? Stunden kann ich nicht sagen, aber ich glaube Lebensjahre hat es mich schon ein paar gekostet. Also Blizzard war schon ein sehr, sehr fester Teil der Zocker-Karriere bislang. Ich habe letztens mal, glaube ich, einen Artikel dazu gemacht, wie, also Slashplate, wenn Leute das eingeben, wie viel sie dabei rauskommt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, aber es ist zu viel. Nein, es ist eigentlich nicht zu viel. Jede Minute war es es eigentlich wert, wenn ich nicht gerade irgendwie tatenlos irgendwo rumstand. Weil man hat doch relativ viele coole Erinnerungen doch so mitgenommen aus den letzten elf Jahren. Hast du auch so extrem gespielt wie deine Mit-Buft-Kumpanen zeitweise? Am Anfang ja, die ersten drei Jahre tatsächlich sehr aktiv gespielt, zwischendurch mit Unterbrechung, weil, liebe Kinder, man sollte auch seine Ausbildung fertig machen. Aber es hat mit der Zeit dann tatsächlich nachgelassen. Ich raide auch nicht mehr und so und gucke ab und zu noch rein heute. Ja, Diablo 1 war mein erstes Blizzard-Spiel, an das ich mich so erinnere, als dass ich mehr Zeit damit verbracht habe. Da gab es vorher schon andere, aber damit habe ich richtig viel Zeit verbracht. Am intensivsten war in der Tat Diablo 1. Also das erste Mal selbst gespielt war World of Warcraft, die Beta damals noch, ja. Also mit Diablo hast du eigentlich erst später angefangen, ne? Genau. Also okay, es kann sein, dass ich vorher mal reingeschaut habe, aber nein, ich habe tatsächlich vorher reingeschaut, jetzt wo du mich daran erinnerst, und habe dort Aladdin den Paladin gespielt. Vorher hatte alles, was ich von denen gespielt habe, waren halt Spiele, die ich cool fand, aber ich habe mich nie mit der Firma beschäftigt, die dahinter steckt. Warcraft 2, das war dann eigentlich so das erste Mal, dass ich Blizzard wirklich wahrgenommen habe. Und dann von Warcraft 2, weil ich ja immer schön PC-Games gelesen habe, war es dann sehr einfach, auf Diablo aufmerksam zu werden. Und Diablo war dann, ich glaube, Diablo wurde heute schon häufiger genannt, das ist dann dieses Spiel, wo ich dann wirklich komplett an der Nadel hing. Da habe ich sogar die Demo rauf und runter gespielt. Players were invited to take on the role of a lone hero and explore Tristram, a town under siege by Diablo, the lord of terror and his hordes of foul demons. Was macht Blizzard anders als die meisten anderen Firmen? Ich glaube, die lassen sich einfach Zeit mit ihren Spielen und die schmeißen auch mal Spiele weg, die eigentlich schon fast fertig sind. Ich denke da nur an das Warcraft Adventures, das hätte ich heute gern übrigens noch. Oder Starcraft Ghost, weil ich glaube auch schon sehr weit, die hatten ja damals auch schon Sachen zum Vorführen, weil ich glaube auch ein Spiel, was auf Konsolen ursprünglich mal erscheinen sollte, was ja zu der Zeit irgendwie, ja was, Blizzard macht schon wieder Konsolenspiele, ist ja schon lange her. Aber das würde ich zum Beispiel auch gern wieder spielen, muss ich sagen. Heroes of the Storm, also das verblüfft mich eigentlich immer wieder, dass Blizzard es geschafft hat von dieser Firma, die eigentlich nur diese wahnsinnigen AAA-Dinger rausbringt, es geschafft hat auch diesen Schwenk rumzukriegen auf Free-to-Play-Spiele und auf diese etwas kleineren, leichter konsumierbaren Spiele wie Hearthstone oder Heroes of the Storm. Oder jetzt als nächstes Overwatch, wird zwar kein Free-to-Play-Spiel, aber es ist halt trotzdem eine eher so launige Zwischendurch-Ballerei. Und vor ein paar Jahren hätte man das von Blizzard ja nicht gedacht. Also, sie können immer noch überraschen. Blizzard ist schuld, dass ich bei Diablo 1 400 DM und mehr pro Monat verzockt habe, weil da gab es noch keine Flatrate. Also ich war schon dort im Hubquot hier bei denen, das war richtig schön und richtig stimmungsvoll. Das habe ich sehr genossen. Ansonsten muss ich sagen, auch wenn es ein großer PC-Hersteller ist, aktuell spiele ich Blizzard nur auf Konsole, nämlich Diablo after PlayStation 4. Fantastische Umsetzung. Wenn du dich entscheiden könntest, was das nächste Blizzard-Projekt ist, welches Spiel sie als nächstes machen sollen, welches wird es dir so aussuchen? Warcraft 4. Warcraft 4, Strategiemensch bist du. In der Tat, ja. Starcraft Ghost. Starcraft Ghost, dieses Konsolenspiel? Ja. Das heißt Konsolenspiel, dieses Action-Spiel. Das ist ja Action-Adventure quasi und ich hätte das ziemlich gern. Also ich fände das relativ cool, weil Starcraft-Universum rockt einfach und es wäre geil. Ich fände das cool, wenn sie ein neues Warcraft machen, wenn sie wirklich wieder zurückgehen zu Warcraft 1, also dieses ganz klassische Menschen gegen Orcs und nicht so viel mit diesem aufgeblasene Universum, wie man es jetzt in World of Warcraft hat, wo ich schon seit Jahren nicht mehr durchblicke. Das würde ich ganz cool finden. Würde sich jetzt auch anbieten, mit ihrem Film wieder ein bisschen zu den Wurzeln zurückzukehren. Ich hoffe Warcraft 4 oder noch einmal Diablo, zumindest das nächste Diablo-Addon wäre nicht schlecht. Das waren unsere Blizzard-Highlights der letzten 25 Jahre. Habt ihr selbst noch spannende Geschichten zum Thema Blizzard auf Lager? Wir freuen uns auf euer Feedback.